Das Imprisan Desinfektion Handspray desinfiziert zuverlässig und rückstandsfrei Hände und Textilie mit Hautkontakt wie Mund-Nasen-Masken. Zur Händedesinfektion ca. 3 ml des Desinfektionsmittels auf die trockenen Hände geben, vollständig benetzen und das Desinfektionsmittel für etwa 30 Sekunden einwirken lassen. Das Imprisan Desinfektion Handspray beseitigt mehr als 99,9% spezieller Bakterien und Viren.